Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein Outfit of the Week Video für euch. Das hat euch ja beim letzten Mal ganz gut gefallen. Und ich dachte, es ist mal wieder soweit. Ich habe natürlich viele Sachen jetzt, die ich gerade gerne trage, die ich in meinem Haul neulich gezeigt habe. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch den mal hier oben. Und ich habe noch ein paar neue Sachen, die habe ich netterweise zugeschickt gekriegt von Romwe und von SheInside. Da habe ich ja früher immer schon gerne bestellt und jetzt sind die so nett und schicken mir immer was zu. Da habe ich ein paar Sachen, die wollte ich euch natürlich auch noch gerne zeigen. Genau, und ich habe jetzt den ganzen Tag hier ehrlich gesagt so rumgelauncht und hatte nur so ein komisches Oversize-T-Shirt an. Ich meine, das will nur auch wirklich keiner sehen. Und ich will euch ja auch mal so ein paar Inspirationen zeigen. Also fühlt euch da auch nicht immer dann so verpflichtet, dass ihr euch alles gleich nachkauft und dass ihr denkt, ach, die Risi zeigt uns dauernd neue Sachen. Muss ich mir das jetzt alles kaufen? Also ich schaue solche Videos total gern einfach als Inspiration und denke mir so, ach, so einen ähnlichen Pulli oder sowas. Das habe ich doch auch. Dann könnte ich das Outfit ja quasi mal nachkreieren. Also einfach als Inspiration habe ich mir gedacht, zeige ich euch jetzt mal ein paar Outfits diese Woche. Ja, und jetzt habe ich mich versucht halbwegs menschlich herzurichten, weil ich treffe mich jetzt so gleich noch mit einer Freundin und wir gehen was essen und danach vielleicht noch einen kleinen Cocktail trinken. Und deshalb zeige ich euch jetzt mein Outfit. So, Leute, das ist jetzt quasi mein Abendoutfit. Ich habe hier so ein Crop Top. Das habe ich von Romwe bekommen. Und das finde ich irgendwie ganz süß, ne? Ist jetzt eigentlich noch viel zu kalt. Also im Sommer kann man es dann auch so tragen. Deshalb habe ich jetzt hier so einen fetten Cardigan drüber gezogen. Den habe ich euch auch schon tausendmal gezeigt. Der war mal von Pimki und der ist uralt. Und dann habe ich hier einfach so einen Basic Rock. Der ist von H&M. Gibt es auch schon seit Jahren. Habe ich auch in mehreren Farben. Finde ich immer total praktisch. Da eine schwarze Strumpfhose, glaube ich, auch von H&M. Und die Schuhe, die sind auch schon ziemlich alt. Ich glaube, die waren mal von Asos. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke. Ich glaube nicht, dass es die noch gibt, aber ich versuche euch natürlich wieder so viel wie möglich in der Infobox unten zu verlinken. Dann noch mein Schmuck. Ich habe hier diese Kettchen. Die habe ich euch ja im Haul schon gezeigt. Die habe ich von Forever 21. Und meine Uhr, die habe ich euch auch schon tausendmal gezeigt von Michael Kors. Genau, das ist mein Outfit jetzt für heute Abend. Ich ziehe natürlich auch noch eine richtige Jacke drüber, weil es ist zwar relativ warm heute in München, aber so warm halt dann leider doch noch nicht. Also ich ziehe auf jeden Fall noch eine warme Jacke an. Genau, und das ist jetzt für heute mein Ausgehoutfit quasi. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem nächsten Outfit. Guten Morgen, Freunde. So, das ist das Outfit für heute. Ich habe hier dieses T-Shirt an, dieses grüne von Forever 21. Das habt ihr ja neulich im Haul schon gesehen. Genau, dann habe ich so einen Oversized Cardigan. Denn der ist von Romwee und das ist einfach so ein riesen Reinkuschel-Cardigan. Auch in so einem Kaki-Grün. Und eine schwarze Leggings, ja, gibt es überall. Ich glaube, sie war mal von H&M. Und meine Fake Yeezys, die habe ich mir ja bei der Wish-App bestellt. Und Leute, das sind halt einfach mal die bequemsten Schuhe aller Zeiten. Leider, ne? Für 20 Euro. Also mega, mega bequem. Deshalb mag ich die eigentlich ganz gerne. Genau. Also mein Schmuck, meine Kette, die ist von Forever 21. Auch hier so eine kleine Kette. Und mein Käppi ist von ASOS. Und geschminkt bin ich noch nicht. Das mache ich dann vielleicht später. Schauen wir mal. Hallöchen, Freunde. In München ist es heute total sommerlich. Voll cool. Deshalb war ich jetzt heute nur mit diesem Oversized Pulli unterwegs. Und ich habe nicht mal eine Jacke gebraucht. Das ist eigentlich mit dem Pulli noch viel zu warm. Richtig cool. Also das ist dieser Oversized Pulli von New Look. Der hat eigentlich lange Ärmel. Ich habe die jetzt nur so ein bisschen hochgeschoppt, weil es doch ziemlich warm war. Genau. Und dazu habe ich nichts Spannendes an. Einfach so eine schwarze Blickdichte Strumpfhose. Die gleichen Schuhe wie neulich schon. Dann meine Daniel Wellington Uhr. Und meine neue Sonnenbrille. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die ist von Taisum. Die war neulich noch nicht da, als ich den Haul gefilmt habe. Und die ist schon irgendwie ziemlich special. Aber ich finde sie ganz cool. Irgendwie mal was anderes. Und das ist das Modell Paris Smoke. Heißt sie, glaube ich. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Und die Handtasche meiner Wahl. Heute wieder meine Prinzely London. In diesem richtig coolen Himmelblau. Finde ich mit so einem einfachen schlichten Outfit. Richtig süß. Ja, die trage ich gerade dauernd, weil ich die so cool finde. Ja, Freunde. Das ist mein sommerliches Outfit für heute. Das ist nicht wirklich sommerlich. Aber im Vergleich zu sonst, finde ich, ist es schon ziemlich sommerlich, nur mit dem Pulli rauszugehen. Also, das war es auch schon. Ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder mit dem nächsten Outfit. Guten Morgen, Freunde. So, ich habe mir gedacht, ich könnte euch eigentlich auch diese Woche meine Sportoutfits zeigen, wenn ich zum Sport gehe. Ich weiß nicht, vielleicht interessiert das ja auch jemanden. Vielleicht braucht er da noch ein paar Inspirationen, was man da so anziehen könnte. Ich meine nicht, dass es wichtig wäre, was man beim Sport trägt. Aber ich zeige es euch trotzdem. Ich habe hier eine schwarze Sporthose von Forever 21. Und ich liebe besonders die Sporthosen von Forever 21, weil die einfach so schön hochgehen. Das finde ich immer ganz cool. Dann meine Nike-Sneaker, die sind uralt und die werde ich auch jetzt zum Sport nicht tragen. Die sind nur, um dahin zu laufen. Beim Sport trage ich meistens die Nike Free. Die pinken, die habe ich immer in meiner Sporttasche, dass die auch immer schön sauber bleiben. Dann das Shirt, das ist von Romwee. Das hat hier so kleine Cutouts und vor allem das hat am Rücken. Ich hoffe, ich kann euch das irgendwie zeigen. Moment. So, ich glaube, da kann man es ganz gut sehen. Das hat hier so Cutouts noch am Rücken. Das finde ich auch ganz süß irgendwie. Und die Mütze habe ich euch ja neulich schon gezeigt. Von ASOS. Genau, das ist mein Sportoutfit und dann zeige ich euch nachher auch mein normales Outfit. So Leute, sorry, meine Haare sind noch nass. Ich habe die gerade gewaschen und noch nicht trocken gefühlt. Make-up gibt es heute keins, weil ich arbeite heute von zu Hause aus. Und meine einzigen sozialen Kontakte beschränken sich, glaube ich, drauf, nachher noch zu Lidl zu gehen. Deshalb bleibe ich heute so. Haare fühle ich natürlich gleich noch trocken. Und das ist mein Chili-Nader-Outfit. Jetzt für heute bequem zu Hause. Ich meine, ne, warum nicht? Und das komplette Outfit ist von SheInside. Und das ist einmal diese Jogginghose, die hat hier oben auch so ein bisschen so eine Schnürung. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das finde ich eigentlich ganz süß und ganz lustig. Und genauso der Pulli, der ist auch hier oben so geschnürt. Genau, das ist mein Outfit. Ach, und meine Schuhe sind die Adidas Tubular Radiant, heißen die. Genau, die fände ich auch ziemlich cool und super bequem. Und ja, damit werde ich jetzt den ganzen Tag hier quasi rumlaunchen. Hallöchen, Freunde. So, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Sorry, wenn es schon ein bisschen dunkel ist. Aber in der Kamera sieht es gar nicht so dunkel aus, ne? Es geht noch. Es ist jetzt schon nachmittag, genau. Und das ist mein Outfit für heute. Ich habe hier so eine schwarze Jeans an von Zara. Und da habe ich so eine Netzstrumpfhose drunter. Ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Ich komme mal näher. Da könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen. Also, die ist schon sehr, sehr eingerissen. Die Hose, die ist schon uralt, gab es mal bei Zara. Genau, und dann diese Strumpfhose. Die habe ich bei der Wish-App bestellt. Dann meine Adidas Superstars habe ich dazu mit an. Und dann hier so ein Sweatshirt. Und das hat hier oben so ein Mesh. Das habe ich von She Insight bekommen. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Das ist so ein bisschen inspiriert von Carly Christman. Kennt die irgendjemand von euch? So eine amerikanische Fashion-Bloggerin. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das Instagram-Feed von der. Ich finde, die hat einen ziemlich coolen Style. Und die trägt irgendwie nur schwarz immer. Ja, und immer mit so Texturen, mit so Mesh und solchen Sachen. Also, mag ich gerade ganz gerne den Style. Ja, und schwarz brauchen wir nicht viel überlegen. Passt natürlich immer zusammen. Genau, und das ist mein Outfit für heute. Meine Uhr ist wieder die Daniel Wellington, wie so oft. Also, das war eine super Investition, Leute. Die trage ich echt so, so oft, die Uhr. Genau, und viel mehr ist es heute nicht. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem nächsten Outfit. Ein neuer Tag, ein neues Outfit. Leute, ich bin heute fast komplett in schwarz. Ein bisschen grau habe ich noch mit dazu kombiniert. Ich habe heute meinen wilden Tag. Ich bin ja meistens nicht so farbenfroh unterwegs. Also, meinen Cardigan, den habe ich euch, glaube ich, schon 800 Mal gezeigt. In jedem Lookbook-Outfit-Video ist der mit dabei. Aber das war echt einer der besten Käufe ever. Der war mal von Pimpki. Ich weiß nicht, ob es den aktuell noch gibt. Ich gucke mal auf der Seite. Wenn ja, dann verlinke ich ihn euch. Aber, oh, das ist einfach so ein hellgrauer Cardigan. Der ist so, so schön weich. Man kann den einfach zu allem kombinieren. Ach, ich liebe den. Dann habe ich hier mein Shirt. Das ist Fonji Inside. Und das ist quasi so ein langes, so ein T-Shirt-Kleid. Und das hat hier so Cutouts überall. Seht ihr das? Ja, hier und hier. Aber das war mir jetzt doch heute natürlich ein bisschen zu kalt, nur mit dem T-Shirt zu gehen. Deshalb habe ich dann noch den Cardigan drüber gezogen. Und dann habe ich auch wie ziemlich oft eigentlich meine Leder-Leggings an. Die war mal von Pieces, glaube ich, heißt die Marke. Ich weiß es gar nicht genau. Gibt es ja auch von mehreren Marken, diese Leder-Leggings. Und dann meine Schuhe sind die Nike Air Max. Auch in so einem ähnlichen Grau wie der Cardigan. Und Leute, das ist tatsächlich irgendwie eines meiner Lieblings-Outfits. Ich finde echt so ein schwarzes Oversize-Shirt. Leder-Leggings, das ist irgendwie immer ein Outfit. Und das würde ich am liebsten jeden Tag tragen. Was ich auch ziemlich oft mache. Also ich trage das echt ziemlich oft. Das ist mein absolutes Lieblings-Outfit. Schreibt mir mal in die Kommentare, Leute. Was ist euer Lieblings-Outfit? Habt ihr auch so ein Go-To-Outfit, wo ihr einfach sagt, boah, das kann ich immer anziehen. Da fühle ich mich einfach immer wohl drin. Also bei mir ist es definitiv diese Kombi. Ach ja, und hier so ein kleines Kettchen habe ich noch an. Die ist von Forever 21. Und genau, Leute, das ist mein Outfit für heute. Und ich finde, man merkt, dass es ein gutes Outfit ist, wenn du nicht nach Hause kommst und denkst, boah, ich muss sofort meine Jogginghose anziehen. Ne, das hat man ja manchmal. Und bei dem jetzt, ach, das lasse ich jetzt direkt an. Auch jetzt hier zu Hause gemütlich. Also so, so bequem. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Outfit. Guten Morgen. Ich habe gestern schon wieder vergessen, euch mein Sport-Outfit zu zeigen. Aber deshalb heute. Also mein Shirt, das ist quasi wie so ein Sweatshirt, nur dass das halt hier die Ärmel abgeschnitten hat, ist von Forever 21. Und mein Sport-BH auch, wie immer, von Forever 21. Die haben einfach echt die coolsten Sportsachen, Leute. Also wird den Preis richtig cool. Ich mag die total gerne. Und dann wollte ich euch eigentlich, das ist echt ein bisschen schade, diese Leggings zeigen von She Insight, die eigentlich sehr, sehr cool ist, finde ich. Die hat hier neben diese Cutouts. Und ach, ich finde sie sehr, sehr schön. Aber Leute, ich muss euch leider sagen, es hilft ja nichts nicht, dass ihr euch die bestellt und enttäuscht seid. Die ist leider durchsichtig. Also so, wenn man normal steht, geht's. Aber sobald man sich bückt, ist die hinten am Popo leider sehr, sehr durchsichtig. Und ich meine, auf so einen peinlichen Fail im Fitnessstudio kann ich ehrlich gesagt verzichten. Und ich glaube, ihr auch. Also schade, weil die ist echt ziemlich cool, so mit den Cutouts. Ich glaube, ich werde die vielleicht dann einfach so tragen, jetzt nicht zum Sport, und werde die einfach jetzt mit so einem Longshirt tragen, was den Popo ein bisschen abdeckt. Weil so, das ist mir echt ein bisschen so riskant. Schade, weil eigentlich an sich sehr coole Sporthose. Ich habe jetzt die Größe L genommen und die passt auch gut an sich. Alles cool. Aber, ne, leider durchsichtig. Also finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich werde jetzt noch eine andere anziehen. Ich werde einfach diese ganz normale schwarze von Firebird Tenty One anziehen, die ich neulich auch an hatte. Die ist wesentlich durchsichtig. Genau. Und Schuhe habe ich heute die Adidas Neo. Die sind uralt. Die habe ich mir in Miami im Outlet gekauft letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob es die hier irgendwo gibt. Ich habe die schon versucht, euch zu verlinken. Aber, genau. Die mag ich total gerne. Und die sind sehr, sehr bequem. Die ziehe ich an. Ja, und dann ist das jetzt erstmal mein kleines Sportoutfit. So, und das ist mein Outfit für heute. Mein Pulli, der ist übrigens nicht schmutzig. Er ist nur nass. Ich habe gerade meine Hände gewaschen. Ich habe gerade gesehen, dass ich ihn ein bisschen nass gemacht habe. Also, ich habe es schon geschafft. Ich habe ihn schon zwei Stunden an und habe es schon geschafft, den nicht schmutzig zu machen. Wow. Neuer Rekord für mich. Also, ich trage heute meinen Ivy Park Sweater. Den habe ich mir bei Zalando im Sale gekauft. Und dann habe ich hier meine Jeans von ASOS. Das ist eigentlich so eine High-Waist-Jeans. Aber, jetzt heute trage ich den Pulli mal drüber. Und meine Schuhe, die sind von Nike. Und die sind auch uralt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist. Moment, ich muss mal kurz gucken. Luna Forever heißt das Modell. Ja, und da habe ich mich geschnitten an meinem Fuß. Falls ihr euch fragt, was das ist. Genau. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber die sind auf jeden Fall in so einem schönen blau und tückis und finde ich ganz süß mit der Hose. Ja, und das ist mein Outfit für heute, liebe Freunde. Bis morgen. Hallöchen, Freunde. Ich gehe jetzt gleich ins Kino. Deshalb gibt es auch heute wieder ein gemütlicheres Outfit. Ich habe mich jetzt gerade entschlossen, die Hose nochmal anzuziehen, die ich gestern anhatte von ASOS. Weil ich die gestern nicht wirklich lange anhatte. Ich bin dann doch sehr schnell wieder in meine Leggings gewechselt, weil es einfach noch bequemer ist. Deshalb dachte ich mir, ziehe ich die jetzt heute nochmal an, weil die ist schön bequem und stretchy und ich gehe jetzt gleich noch essen. Passt einfach mehr rein. Und dazu habe ich meinen, das ist, glaube ich, echt mein All-Time-Favorite-Pullover. Der ist mal von H&M gewesen. Ich glaube, den gibt es aktuell gar nicht mehr. Aber das ist so hellrosa mit Rosé-Gold hier vorne drauf. Und ich liebe den so, so sehr. Der ist einfach so schön kuschelig. Ich habe den schon ewig. Und ich hatte den damals ein bisschen größer genommen. Ich glaube, das ist die Größe M oder L. Keine Ahnung. Und der ist einfach so richtig schön Oversize-mäßig und bequem. Und meine Schuhe, die sind leider auch sehr, sehr alt. Die waren mal von Deichmann. Und die sind so Rosé mit goldenen Glittersteinchen drauf. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Mange ich total gerne. Aber die gibt es leider nicht mehr. Ich versuche mal, euch so ähnliche noch zu verlinken. Genau. Und das ist mein Outfit heute. Mein Kinoabend-Ausgeh-Outfit. Mein Outfit-Tagsüber war heute nicht so spannend. Heute nur obenrum. Weil ich habe vorhin Videos für euch gefilmt. Und da ist er immer, ne? Oben schick und unten Assi-Style. Wie immer. Deshalb ist das jetzt mein Outfit, mit dem ich tatsächlich auch raus in die Öffentlichkeit gehe. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, dass euch das Lookbook-Outfit-Diary, wie auch immer, Spaß gemacht hat. Dass ein paar Ideen und Inspirationen für euch mit dabei waren. Oft ist es ja so, ne? Dann sieht man irgendwie ein Outfit und denkt sich so, ach, sowas ähnliches habe ich. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder anziehen. Also dafür finde ich das ganz gut. Und ich zeige euch halt einfach auch meine ganz normalen Alltags-Outfits. Weil ich meine, man sieht ja immer sehr schöne Outfits. Aber da denke ich mir, wo soll ich das anziehen? Wenn ich zu einem Hängelmann gehe, brauche ich jetzt nicht so fancy Klamotten anziehen. Also deshalb dachte ich mir so ein bisschen Alltags-Inspirationen, wenn euch das Video gefallen hat. Freue ich mich wieder mal über ein Däumchen hoch und über ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.